Guten Tag zusammen, hier ist wieder euer Helfurt Buchluhr. Ich bin's, der Franz. Hab auch wieder die Denise im Schlepptau. Wir machen wieder ein paar Partnerübungen. Und zwar, die nächste Übung, die wir haben, ist eine Scherbewegung. Das macht die Denise. Die Füße auf und zu. Und ich versuche immer, einmal breit zu landen, rauszuspringen und dann wieder reinzugehen. Wir machen es euch einfach mal vor. Oder machen wir einfach, oder? Ja, ja, wir machen das schon. Fang mal so an, genau, da ich mich orientieren kann. Okay, ready? Let's go! Das ist wirklich scheiße. Okay. Okay, man muss auf jeden Fall aufpassen, dass man dem Partner nicht die Füße platt macht, platt springt. Also, gute Augenkoordination. Wir sind ja ein eingespieltes Team, deswegen geht das mittlerweile. Okay, dann wünsche ich euch auch hier viel Spaß beim Nachmachen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.